Musik Unser Rodelschuli auf Schnee, aber nicht mit seiner Fluckinger-Rodel. Stattdessen hat er eine originale Klumper der WM 2006 mit dabei. Das ganz besondere Gefährt erfreut sich besonders in Tulfes großer Beliebtheit. 1972 wurde die einkufige Rodel aus Olang mitgebracht und auf den Namen Klumper getauft. Seitdem gibt es auch den Klumperverein Tulfes. Das Holzgestell ist aus Fichtenholz und als Lauffläche dient meistens ein alter Ski. Jeden Donnerstag treffen sich die Mitglieder des Klumpervereins beim Klumperspaß. Mit dabei sind aber nicht nur Profiklumperer wie Hannes Juncker oder die amtierende Weltmeisterin Bianca Schweitzer, sondern auch viele Mitglieder der unterschiedlichsten Vereine aus dem Dorf und auch zahlreiche Touristen. Auf der Skiübungswiese südlich von Tulfes probiert auch unser Rodelschuli sein Klumper können. Das Wichtigste ist die Balance und mit der sieht es beim Schuli nicht ganz so gut aus. Zumindest ist er an diesem Abend aber nicht der einzige, der mit der Klumper noch seine kleinen Probleme hat. Der Spaßfaktor ist jedoch enorm und auch die erfahrenen Klumpersportler wissen ihr Können zu präsentieren. Bereits zweimal wurde in Tulfes auch die Klumper WM ausgetragen und der Geschwindigkeitsrekord mit dem Holzgefährt liegt bei unglaublichen 99,66 kmh. Wer eine Klumper sein Eigen nennen will, der kann in Tulfes eine Klumper erwärmen oder selber eine bauen. Die Bauernleitung sowie alle wichtigen Informationen über das Klumpern und den Klumperspaß findet man im Internet unter www.klumper.at. Fazit unseres Rodelschulis, das Klumpern ist eine tolle Abwechslung zum Rodeln mit einem hohen Spaßfaktor. Für längere Abfahrten oder die Bewältigung von Rodelbahnen sollte man aber schon ein wenig Übung und Kondition haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017